Als ich in die Politik ging, begegnete ich Hass. Also die Mehrheit der Bevölkerung lehnte mich strikt ab. Ich selbst fand mich ja netter, aber das änderte nichts daran. Und dann habe ich um Akzeptanz gerungen, was mir auch gelungen ist. Und eine Voraussetzung war, dass ich nie zurückgehasst habe. Und das war ein bisschen Bergpredigt. Also dass ich meine Gegner liebte, das würde ich nur nicht sagen. So weit habe ich es nicht geschafft. Aber immerhin, ich habe nicht zurückgehasst. Gysi gegen Guttenberg